Herzlich willkommen beim Kunststoffwerk Hermann AG in Walzenhausen. Wir sind ein hochspezialisiertes Unternehmen für die Herstellung von Kunststoffverschlüssen und beliefern Kunden rund um den Globus. Unsere Verschlüsse kommen bei unzähligen Produkten aus den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz. Wir sind die Profis, wenn es um Erstöffnungsgarantieverschlüsse, Stopfen und Spritzeinsätze, Pharma, Medizin, Lebensmittel, Kosmetik und Agrochemieverschlüsse geht. Im eigenen Werkzeugbau entwickeln und produzieren wir unsere Spritzgussformen. Ein Ausstoss von über 650 Millionen Spritzgussteile im Jahr ist nur möglich dank unseren modernen Spritzgussautomaten. Alle 42 Maschinen können bei Bedarf mit Laminarflow ausgerüstet werden, um den hohen Hygieneanforderungen gerecht zu werden. Hauptsächlich stellen wir Kunden- und produktspezifische Verschlüsse aller Art her. Mit modernen Abfüllmaschinen und Montageautomaten kompletieren wir zudem Verschlüsse und andere Produkte. Dazu gehört zum Beispiel die Abfüllung von Trockenmitteln. Im Erweiterungsbau ist ein Rheinraum GMP Klasse C installiert. Im Endausbau produzieren 9 Spritzgussautomaten Kunststoffteile in den Rheinraum. Mit fortschrittlichen Messgeräten werden die Produkte laufend geprüft und die Messwerte protokolliert. Als bedeutender Hersteller ist die Hermann AG selbstverständlich ISO, GMP und BRC zertifiziert.